Untertitelung des ZDF, 2020 Gebührt dem Erstgeborenen! Ruft meinen jüngeren Bruder! Vater hat dich auserwählt, weil er von deiner Stärke überzeugt ist! Ihr müsst uns helfen! Es heißt, in den silbernen Bergen gäbe es Banditen, die euren Bruder Schink verachten. Und ich werde mir holen, was mir zusteht. Wie habt ihr mich gefunden? Ihr wart sein Freund. Wir haben zusammen gekämpft. Seid ihr der Geächtete, den sie den Weißen Geist nennen? Ja, ich bin der Weiße Geist! Wenn wir meinem Bruder entkommen, bin ich der König. Ihr bekommt eine Belohnung. Wie alt seid ihr? Zehn? Vierzehn! Glaubt ihr, wenn ihr den Jungen rettet, wird Gott euch vergeben? Menschen begreifen den Willen Gottes nicht. Und wenn sie meinen, sie tun es, endet es in Blutvergießen. Darauf trinke ich. Glaubt ihr, wenn ihr den Jungen rettet, wird Gott euch vergeben. Und wenn ihr den Jungen rettet, wird Gott euch vergeben. Und wenn ihr den Jungen rettet, wird Gott euch vergeben. Und wenn ihr den Jungen rettet, wird Gott euch vergeben. Und wenn ihr den Jungen rettet, wird Gott euch vergeben. Und wenn ihr den Jungen rettet, wird Gott euch vergeben. Und wenn ihr den Jungen rettet, wird Gott euch vergeben. Vielen Dank.